Ja, herzlich willkommen bei Zum Fachwirt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Planungshorizonte, weil das sehr wichtig für die Prüfung ist. Wir starten auch direkt. Es gibt grundlegend drei Horizonte. Das ist einmal die operative Planung, das ist die kurzfristige, dann die taktische Planung, die mittelfristige und dann die strategische Planung, das ist die langfristige Planung. Bevor wir mit den einzelnen Planungshorizonten starten, ganz wichtig, es geht darum, in welcher Branche wir uns auch bewegen. Das ist nicht immer prüfungsrelevant, aber es könnte eine Frage sein. Sagen Sie, inwiefern sich Planungshorizonte unterscheiden können. Und da ist nochmal wichtig zu sehen, was für ein Geschäftsmodell haben wir denn überhaupt. Bei einer Immobilienfirma zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, finde ich, muss man sehr langfristig planen. Jedes Haus, das man baut, ist wahrscheinlich ein Projekt von mehreren Jahren. Man muss das richtige Grundstück raussuchen und kaufen. Man muss sich da durchsetzen. Man muss bei den Behörden 100 Millionen Auflagen erfüllen, Anträge einreichen und so weiter und so fort. Vor dem ganzen Prozess muss man die Investitionen klären. Man muss mit Banken verhandeln, man muss sich Investoren mit ins Boot holen. Da muss das ganze Ding auch noch gebaut und vermietet werden. Das heißt, wir sind hier bei ganz langen Zeiträumen. Gegenbeispiel wäre eine Internetfirma, die zum Beispiel Event-Marketing macht. Die wissen wahrscheinlich gerade mal, was sie dieses Jahr machen. Da geht es darum, das ist ganz schnellliebig. Immobilien, das ist eine extrem langfristige Geschichte. Anderes Beispiel wären so etwas wie Lebensversicherungen, auch sehr langfristig. Da sind die Planungshorizonte natürlich ganz andere. Also insofern kann sich das unterscheiden. Aber jetzt schauen wir uns mal die verschiedenen Planungshorizonte einfach mal an. Operative Planung unter einem Jahr. Genau, das muss man dazu sagen. Wenn in der Prüfung gefragt ist, wie man die unterscheidet. Unterscheiden Sie operative und strategische Planung zum Beispiel. Oder nennen Sie drei Planungshorizonte. Dann sind die Kriterien eigentlich immer, dass man den Zeitraum nennt. Dass man sagt, wer sich darum kümmert. Und was die Aufgabe ist. Und dann vielleicht auch noch ein Beispiel. Und genau das machen wir jetzt. Also operative Planung ist eher kurzfristig. Also unter einem Jahr. Es geht um kurz- bis mittelfristige Planung laufender Projekte. Und das niedrige bzw. mittlere, oder auch das Low- und Middle-Management kann man es nennen, ist damit beauftragt. Natürlich, das was jetzt gerade aktuell anliegt, wenn sich da die Oberstmanager immer drum kümmern würden, das würde nicht gut gehen. Weil dann haben Sie einfach zu viel zu tun und können sich nicht mehr auf die wesentlichen Grundsatzentscheidungen konzentrieren. Ein Beispiel wäre, es geht um die Steuerung aktueller Prozesse, klar. Zum Beispiel, an welche Druckerei der Druckauftrag für die neuen Poster gehen soll. Das wäre eine ganz aktuelle Aufgabe. Oder wenn Sie ein anderes Beispiel haben wollen, wenn wir in einer Modebranche sind. Die Saison ändert sich. Das heißt, wie machen wir jetzt die Werbung für diese neue Saison? Ja, ist kurzfristig. Taktische Planung ist zwischen der operativen und der strategischen, also mittelfristig. Man redet von ein bis fünf Jahren. Und während eben das untere und das mittlere Management damit beauftragt sind, ist bei der taktischen Planung das mittlere Management. Die kümmern sich nicht um das Tagesgeschäft, aber die kümmern sich schon darum, dass das, was die strategische Planung vorgibt, dass das zerlegt wird, damit die operative Planung es umsetzen kann. Also die genaue Definition ist, die strategischen Ziele werden in Teilziele zerlegt. Das ist ganz wichtig, weil man so Sachen hat, wie hier im Beispiel. Wenn wir wissen, in zwei Jahren werden viele Arbeitnehmer in Rente gehen, dann muss man sich natürlich schon relativ früh darum kümmern, und dass dann auch neue nachkommen. Ja, Personalauswahl ist ein sehr langjähriger Prozess. Ja, und dementsprechend sollte man das auf jeden Fall langfristiger planen, beziehungsweise, um in der richtigen Terminologie zu bleiben, mittelfristig planen. Also, wenn wir wissen, in drei Monaten gehen fünf Leute von zehn Mitarbeitern in Rente, dann ist das ein bisschen kurzfristig. Genauso kann es auch sein, dass man sich sagt, wir wissen nicht, wie wir die nächsten zwei Jahre wirtschaftlich überstehen sollen, weil wir gerade in der wirtschaftlichen Krise sind, und wenn wir das kostenmäßig schaffen wollen, dann müssen wir Menschen entlassen. Ja, das heißt, man guckt in die Zukunft hinein, wie schaffen wir es, die nächsten Jahre zu überbrücken. Ja, das wäre die taktische Planung. Mittelfristig, mittleres Management, und ist ein Bindeglied im Grunde genommen zwischen strategischer und operativer Planung. Dann kommen wir zu der strategischen Planung. Das ist die Königsdisziplin sozusagen. Da sitzen die großen Bosse. Das ist die langfristige Planung. Über fünf Jahre geht das. Es geht um grundlegende und weit entfernte Ziele. Wo wollen wir hin, ist die Frage. Und wie ich schon gesagt habe, das Top-Management natürlich. Das ist ein Beauftrag. Beispiel wäre, wenn man auf einen neuen Kontinent expandieren möchte, das ist ja eine sehr langfristige Sache. Wenn Aldi jetzt nach, oder Lidl möchte nach Amerika, nach Australien, nach Asien. Also, ehe man da ein Vertriebsnetz aufgebaut hat, sich eine Strategie zurechtgelegt hat, wie möchte man in den Markt rein, wer ist die Zielgruppe, wie stellen wir uns das in den ersten Jahren vor, Mitarbeiter einstellen, Läden bauen, das dauert. Eine andere Sache wäre zum Beispiel, wenn man neue Geschäftsfelder erobern möchte. Handyhersteller möchte auf den Automarkt, wäre so eine Sache. Klingt erstmal verrückt, aber wenn man schaut, was Amazon, Apple und andere im Moment machen, also, ich wage mal die These, dass in zehn Jahren Apple nicht, nicht unwesentlich an der Automobilbranche beteiligt sein wird. Ob die dann eigene Autos bauen, oder einfach die Autos intelligent machen, ist eine andere Frage. Aber, das ist die Zukunft. Also, die strategische Planung ist quasi, das, wo wollen wir hin? Die taktische Planung ist dann, das in Teilziele zu zerlegen und die operative Planung, die setzt um. Das ist im Grunde genommen das Ganze. In der Prüfung wird es meistens um die operative und die strategische Planung gehen, aber wir haben jetzt auch mal der Vollständigkeit halber alle gemacht. Und, ich denke, das ist logisch und das sollten Sie aus dem FF können, wenn Sie die Unternehmensführung Prüfung schreiben. Sollte irgendwelche Fragen sich ergeben haben oder offen geblieben sein, schreiben Sie mir einfach. Ich mache dann auch gerne ein Video dazu. In dem Sinne, vielen Dank.